Am Freitagabend, Morgenabend im Orpheum, dann im 22. Bezirk ein Konzert zugunsten von Nachbar in Not mit dem Titel Rock in Peace. Ein Konzert, das an groß und bereits verstorbene Pop- und Rocklegenden erinnern soll und vor allem eines auch noch soll. Helfen, Organisator Martin Böhm. Du sitzt gebahnt vor dem Fernseher oder vor dem Radio, hörst die Nachrichten und denkst dir, was kannst beitragen, was kannst du tun. Jetzt war unsere Idee, wo kann man vielleicht zusammenrücken und was beitragen und dann war eigentlich sehr, sehr schnell die Idee geboren, dieses Konzert zu nehmen. Den Termin hatten wir ja, spenden wir den Reinerlösern Nachbar in Not und zeigen, dass die Kunst und Kultur da sich sehr wohl auch zu Wort melden kann. Und mein Wunsch ist, dass das bummvoll ist und dass wir Nachbar in Not einen riesen Schenken überreichen können. Das ist mein großer Wunsch. Rock in Peace, Morgenabend im Orpheum, ab 20 Uhr ein anderer mit dabei, Birgit Denk und dieser Mann hier, Andi Baum. Rock in Peace, Morgenabend im Orpheum, ab 20 Uhr ein anderer mit dabei, Birgit Denk und dieser Mann hier, Undi Baum.